Ja, sehr nice, Adi, sehr nice. Oh, Tadl hat schon drauf geschossen? Ja, von hier ganz. Ich bin sehr stolz. Adi, oben ist das heiß. Oh fuck. Oh fuck, ich sterbe. Hi. Hallo. Was? Und willkommen zu Adventure Time! Mit Tadl, Adi und Rebi. Weil wir gute Freunde sind und wir uns lieben. Und falls ihr euch wundert, warum wir hier schon Zeug gemacht haben, diese Serie hier, die kommt immer auf unseren Kanälen in einer bestimmten Reihenfolge. Und gestern kam die bei Adi und davor kam die bei Tadl und die erste Folge kam bei Rebi. Und wir spielen hier die Map Spellbound Caves, das ist eine Survival-Adventure-Map, was ich jetzt irgendwie in der letzten Stunde schon 10 Milliarden Mal gesagt habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass man Blöcke aus Dungeons holt und die dann am Endeffekt am Endeffekt an einem Punkt sammelt. Und das ist sehr, sehr witzig. Witzig! So, meine Freunde, was... Rebi, du hast gerade eben gesagt, du hast eine Idee. Irgendwie hat mein Brot gegessen. Ich habe eine Idee. Ja, du hast gerade eben hier was mit dem Boden gemacht und hast gesagt, du hast eine Idee. Ich bin wieder da. Hallo. Habt ihr Bock, in das nächste Dungeon zu gehen, meine Freunde? Ich habe aber kein Leben. Töte mich mal jemand, bitte. Nö, mach ich jetzt nicht. Gut, dann tötet das hier mal weg. Was hast du getan? Er hat sich selber ans Bein gebissen und deswegen ist er dann vergiftet. Ich brauche irgendwie Zeug jetzt. Da ist eine Hose drin. Schwert. Er macht dir am besten Schwert. Ich nehme mir auch mal hier so ein paar von denen mit. Aber hier ist nichts anderes, voraus wir Schwere machen können. Doch, doch klar. Essen. Die hab ich mir gerade genommen. Ich dachte, die wären herrenlos. Ich habe noch einen Bogen, aber der gehört mir. Wir müssen niemals sehen. Du gieriger Bastard. Gib mal Feile Felix und gib mal was Brot. Gib Feile Felix. Ich hab kein Brot. Ich hab nur... Ich hab nur Zombie-Gehirne. Ja, danke. Ich hab... Und ich hab sogar einen wunderschönen... Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Ja, erzähl, rede. Wenn wir jetzt... Okay, pass mal auf. Ich zeig euch jetzt den Trick, okay? Okay. Denk dir mal, ich bin der Spasti in Minecraft, ne? Bist doch. Du machst gerade Charcoal. Oh, Applaus, Applaus. Pass auf jetzt. Ich dachte, ihr seid ein bisschen krasser angetan, aber okay. Hast du Holzkohle? Ja. Ja. Ja, gut. Wir hatten doch eigentlich noch ganz, ganz viel Close-Down, oder? War das nicht noch irgendwo... Wir haben alles im ersten Dungeon verbraten. Ne, wir hatten noch was danach, dann ist das einfach hochgejagt worden. Oh, was tust du, Alter? Warum machst du das? Adi, du bist wie so ein geistig behindertes Kind, wenn er irgendwas in der Ecke sitzt und auf seinem... auf seinem Xylophon rumhaut. Ja, ja. Oh, ja. Rebi, bist du bereit? Ja, Moment. Ich hab jetzt zwölf Fackeln gemacht. Okay, gut. Sollen wir dann losadventuren? Ja. Okay, komm, komm mit. Wir machen Abenteuer. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ich fass' mir auch mal an den Sch... Okay. Gut. Na, wenn das so ist... Der Erste, der oben ist, hat gewonnen! Ähhhhh. Schneller, schneller. Ähhhhh. Oh. Oh, ich bin der Erste, der nach oben kommt. Ich halte euch die Monster vom Rücken. Oh nein, Atemschmeißen. Oh, fuck. Ich hab dich nicht... ich hab dich nicht geschlagen. Hör auf, hör auf. Ich will Erster sein. Hör auf, Rebi. Ey, hör auf mit dem Scheiß. Ich sterbe, ich sterbe. Oh, oh. Oh, nü. Oh, nü. Oh, fuck. Oh. Oh, das spielt der Mann. Mir geht's gar nicht gut. Ah. Hör auf. Ja, schlecht. Weg, 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 weg. Ah. Ich bin echt tot. Oh, fuck. Runter mit dir. Oh, Junge. Oh, Mann, wie viele sind hier schon wieder? Lass sie einfach schnell töten, komm. Glaub ich nicht. Los, go, 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 go. Oh, Junge. Junge, 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 Junge. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Nein. Junge, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Schaffst du, schaffst du. Oh, Junge, Junge. Lebt ihr noch? Ja, ich leb noch. Ja. Oh, Mann, diese scheiß Feilwichse. Ha. Ha. Adi. Ich muss unbedingt was essen. Adi, Adi. Aua. Alter, ich hab einfach noch anderthalb Herzen. Ja, das ist echt ein übelst krasses Wunder. Junge. Wunderbar. Das ist aber ein schöner Ausblick von hier oben, muss ich ja schon sagen. Okay. Ja. Hat jemand was zum snacken? Ja, ich hab hier noch ein paar Zombie-Gön. Hier. Oh ja, lecker. Bitteschön. Ich brauch auch unbedingt was. Komm her, mein Freund. Box hier schon mal ein Behindert. Boah, ich rack einfach fast gar nicht, ey. Das ist so dreckig, dieser Scheiß. Gut. Dann lass uns mal da rein. Ich hoffe, wir finden da irgendwas, irgendwas Essbares. Ja, muss sein. Gleich. KFC. Wie findet er denn der Mutter? Haha. Stell dir mal vor, da ist so ein KFC drin, mit so einer Kiste voll mit Chicken. Wow. Ey, Junge, Bock. Sorry. Ich hab doch nicht in die Zombies. Der kam einfach von oben. Richtiger Ninja-Zombie. Zombie, sag ich schon. Jetzt fängt es schon an, ey. Junge! Ich hab noch ein halbes Herz. Schatz, er hat mich grad fast getötet. Glaube mir nicht fast schwert. Glaube mir nicht fast schwert. Ja, er hätte mich fast getötet. Ja, er hätte mich fast getötet. Ein Hit von einem Zombie und ich bin gefickt, ey. Ja, super. Gut, gut. Sehr gut. Was geht hier? Oh, ey. In der Ecke ist ein Zombie gespawnt. Oh, Junge. Oh, Junge. Geht's hier weiter? Wie er sich das ganze Food nimmt. Ich hab Essen. Da ist Essen. Oh, Junge. Okay, wer will was essen? Wer will was essen? Ich. Ich. Wir haben aber nur drei Essen. Okay. Okay. Wie viel war'n da drin? Ich bin grad super low. Du nimmst das und du nimmst das. Oh, lecker Pilz. Lecker. Ich muss einfach warten, bis mein Hungereffekte wirken. Mein Lieblingsgericht. Pilz. Jetzt runter. Okay. Okay. In das Wasser. In welchem Wasser grinden? Lass mal ein bisschen unter Wasser am besten, damit die Skeletten uns nicht treffen. Boah, ich hab Angst. Am besten ein bisschen unter Wasser. Haus. Äh, wo geht's lang? Geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Ja, ich glaub schon, ja. Oh, ich hab Angst. Hat einer von euch Licht? Ich nicht. Ja, warte. Ich hab, ich hab, ich hab. Pass auf. Ich hab einfach nur Angst. Da vorne ist schon ein Zombie. Am Grinden. Das ist so dunkel. Ja, und wer hat wieder reingeboxt. Alter, das war Talim mit seinem Knockback-Shield. Mach mal Licht, Rebi. Ich seh nix. Pass auf. Du hast n Zombie. Hab dich geboostet, Rebi. Du hast n Zombie. Pass auf. Du hast n Zombie. Du hast n Zombie. 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 Oh, yo. Ich weiß, wo wir sind, meine Freunde. Jetzt sind wir an diesem Wegepunkt. Und rechts geht's zu diesem Victory Monument. Da müssen wir später alle Blöcke hinbringen. Und da können wir dann mal eben kurz hingehen am besten. Das zeig ich mal hier kurz. Hier ist gar nix. Oh. Dann buddeln wir uns mal hier so durch. Geil. Geil. Müssen wir am besten noch hier erst weg machen. Dann lauf nicht vor mir. Oh, guck mal hier in die Kiste bitte, Jungs. Guck mal hier in die Kiste. Was ist da? Oha. Heftig, oder? Junge. Und hier ist ein neues Schild. Das nehm ich mal. Und noch mehr Hosen. Ich nehm hier hinten was. Ist hier hinten was? Oh, sorry. Waw, mach mal das. Hier ist einfach alle Schaltplatten Rebi und ganz viele Noteblöcke für Adi. Ja. Mein Leben hat wieder ein Sinn. Okay, also hier sind auch diese ganzen Schilder. Da steht, was für Wool wir brauchen. Hier steht, wenn wir eine Pause von dem Abenteuer wollen, müssen wir hier graben. Ja, genau. Genau, grab da mal durch. Kann ich nicht. Ich habe nichts zum Quadraten. Ah, hier, dick rechts. Pff, ich dumm Kopf. Tada! Wow! Auf jeden Fall kommen wir dann immer wieder zurück. Dann müssen wir nur gucken, dass wir irgendwann mal hier diese ganzen Weins wegmachen. Und dann können wir nämlich immer... Da vorne ist nämlich dieser Wegepunkt und da wird es noch richtig abgefuckt. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr haben an Rüstung. Ich weiß nicht. Er ist immer nicht schon krass equipped. Und das Ziel ist es hier, die ganze Wolle hinzupacken, oder wie? Genau. Also die weiße haben wir ja schon. Ja, pack mal hin. Ich habe die nicht mit. Hintaddle. Und dann gibt es halt noch einen Iron Block, einen Gold Block und einen Diamond Block. Meinst du, man kann ihn verarschen? Wen? Das sieht authentisch aus. Ja, ja gut. Right. Hat er gesagt? Also das hier lassen wir am besten mal diese ganzen guten Sachen drin. Warte. Ja, ich habe die schon mitgenommen. Ja, aber lass hier mal ein bisschen was drin. Das musst du ja jetzt nicht riskieren. Hinten den Platten, spiel damit, Alter. Tu den doch da rein, sonst verlieren wir... Ah, egal. Wir haben E2. Kannst du mitnehmen von mir. Nein, wir haben nur einen. Wir haben zwei. Da ist noch ein anderer. Da ist ein anderer noch. Okay, dann müssen wir mal hier gucken. Was machst du denn da? Ey. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe nicht mehr aufs Hattel. Warte, chill mal eben. Chill mal chill. Hallo, du gehst gerade... Okay, lass einfach mal da hingehen und gucken. Oh, was ist denn da? Am besten nicht schubsen, ey. Junge. Ja, wir brauchen nie wieder... Da ist ein Enderman-Ding. Seht ihr das? Wir haben nie wieder Lichtsorgen, meine Freunde. Und vor allem da oben. Guck mal, wie viel Kohle da oben links ist. Junge. Ich habe Featherboots bekommen. Jetzt habe ich weniger Fallschaden, oder? Darf ich einfach ruhig da runter boxen? Nein, 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 nein. Bitte nicht. Warum hier geht es runter? Der Blockback-Schild, wisst ihr, wie unglaublich ich mich gerade zusammenreißen musste? Hier geht es runter. Da ist ein Creeper. Was passiert, wenn ich Federfall habe? Warum ich nicht? Weniger Fallschaden. Okay. Wow. Vorsicht, Leute. Alter. Jungisch. Alter. Okay, tschüss. Boah, hier sind wir 10 Millionen Zombies. Mindestens. Ich weiß nicht, ob wir dem hier schon gewappnet sind. In allem gewappnet. Bist meinem Arsch noch gewappnet. Ja, dem sowieso. Runter, scheiß Zombies. Oh, nee. Ja, dann renne ich einfach mal die Treppe runter. YOLO! YOLO, YOLO, YOLO! Und mal gucken, ob ich sogar da hinten... Adi, mach mal auf die Skelette rechts, ja? Lass die mal, wenn wir die Skelette loswerden, dann können wir alles reißen. Vielleicht kann ich sogar da hinten direkt diese Kiste da erwischen. Ja, sehr nice, Adi. Sehr nice. Oh, Tyler hat schon drauf geschossen. Ja, von hier ganz. Ich bin sehr stolz. Adi, oben, das heißt, ich habe... Oh, fuck. Oh, fuck, ich sterbe. Adi, zurück, zurück, zurück. Was? Ich bin einfach gestorben. Die ganzen Items sind hier rausgefallen bei mir. Oh, nee. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Wehe, die ganzen Items sind weg. Pass auf, pass auf da. Nee, ich bin... Alter! Oh, fuck. Ich bin gleich tot. Was ist passiert? Adi, geh weg, Adi, geh weg. Ich weiß nicht, ich stand da einfach und dann bin ich hochgejagt. Ich weiß nicht, ob da TNT war oder sowas. Nee, das Ding ist explodiert. Oh, WTF? Oh, nein. Ihr müsst auf jeden Fall das Zeug holen, was da unten bei dieser Kiste ist, wenn ihr das schafft. Ach, Mist, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Da müssen wir im Nachhinein gucken, ob wir beim Victory Monument schlafen können. Oh, dein Zeug ist überall unten verstreut, glaube ich. Nee, das ist meins, was du siehst. Seins ist da in der Mitte, wo dieses Ender-Ding war. Okay, ja, dann... Wenn du den Wasserfall hochkommst, direkt rechts, Tuddel. Da gibt es eine Victory Monument. Bis dahin bist du gelaufen? Ja. Bist du ja auch dumm, Fede, das hole ich nicht. Ja, und du gehst doch alleine da hin. Irgendwann hat... Also, Tuddel hat auf das Ding drauf geschossen und ich dachte, das wäre dann weg. Dann bin ich da runtergegangen, habe mir das Zeug geholt. Das lag da einfach so rum und dann wollte ich wegrennen. Und dann war ich schon locker. Ich fiel fünf Blöcke von dem Ding weg und war dann tot. Und dann ist das Ding explodiert. Ja. Wir müssen nicht zusammenbleiben immer. Ich schieße mit Pfeilen auf die Hexe. Ich habe keine Pfeile mehr. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir da ganz schnell runterkommen und das Zeug holen. Lass die umboxen, Adi. Komm, zwei Schläge ist die down. Weil da ist noch das Feuerschild. Komm, die ist tot, die ist tot. Ja, geil. Ja, nice, okay. Okay, dann direkt runter da. YOLO, Alter. Boah, ich hoffe, mein Zeug liegt da noch. Bitte lass da noch mein Zeug liegen. Felix, lauf durch. Wir lenken ab. Ja, okay, okay. Opfert euch für mich. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, oh, ich werde beschossen. Und wo? Das sieht super gut aus. Lauf weg, Adi, lauf weg. Bitte lass hier keine böse Falle sein. Oh, schnell weg hier. Oh, Junge. Ich habe auf jeden Fall eine Rüstung hier bekommen. Ja, mein Zeug auch wieder. Oh, ich habe alles. Oh, gut, Alter. So ein Glück. Nice combo. Dann habe ich auf jeden Fall hier schon mal eine Rüstung bekommen. Dann gehe ich mal ganz schnell wieder nach oben. Weißt du, warum du gestorben bist, Rotpils? Wegen dem Kristall, der da explodiert ist. Hm, weil ich den abgeschossen habe. Warte, du Arschloch. Richtig clever von dir, Alter. Ja, warum soll ich das denn wissen? Ich komme mit dir, Rotpils. Oh, hier ist immer noch was. Was macht ihr da hinten? Was macht ihr da hinten? Warte, ich mache mal hier so ein paar Bricks. Ich kann eine Rewe hier durchspringen. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen noch. Ich sterbe noch mal. Aber am besten, nee, ich glaube am besten gehen wir zum Victory Monument zurück, weil die Folge ist fast vorbei. Und dann gehen wir am besten mal an einen sicheren Ort. Ich kann nicht mehr rennen. Renn am besten zurück. Jetzt bin ich extra mit dir gekommen, du. Ich sterbe, ich sterbe. Arschloch. Ich rette dich. Nicht sterben, Teile, wir kommen alle. Renn einfach nach oben. Renn. Wir kommen alle. Renn um dein Leben. Das ist ein Zombie. Arschloch. Oh, Hilfe. Jodo, jodo, jodo. Ich hab's geschafft. Lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, Junge. Da lag sogar ein Eisen, aber ich scheiß drauf. Ein Eisen? Ja, ein Eisen lag da gerade. Renn mal zurück, renn zurück. Da ist irgendwo aus dem Zombie rausgedoppt. Das liegt da irgendwo auf dem Weg. Mal ein Eisen. Oh, Junge. Ich hab so viel Hunger, dass ich nicht mehr rennen kann. Ich hab eben einfach mal ein Zombie-Gehirn gegessen. Oh, nee. Na, ganz schnell dahin. Das ist doch ungesund. Das ist schon ein bisschen ungesund. Von den Gehirnen, ja. Wir brauchen noch zwei andere Eisen, dann haben wir Wasser. Mhm. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Eisenblock für das Victory-Monument. Das ist auch ganz wichtig. Kriegt man nur durch Zombie-Drops hier oder kann man die farmen? Die gibt's auch, glaub ich, irgendwo in der Wand. Ja, gut. Dann sag ich einfach mal, das war's mit meiner Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und die nächste Folge kommt dann wieder beim Rewi. Ja. Die nach dem Rewi. Die kommt dann bei Taddle und dann sagen wir schon, wer denn alles danach kommt, wenn ihr da nicht folgen könnt. Und dann sag ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.